Nein, jetzt kommt der Senior. Endlich einmal, wo bist denn du? Candy, pass auf. Jetzt kommt der Chef da gleich. Da kommt ein Herzen. Hey Burschi. Hey, der war echt mal bildhübscher gewesen. Ist er ja immerhin. Okay, ist jetzt ein alt, aber der war schon... Boah, der hat ja unbekanntlich gut ausgeschaut. Ja, jetzt ist er alt und schön. Hat der früher das Krötenmaul ausgeschaut? Nee, also fast überhaupt nicht. Alter erst. Ja, auch in die Augen. Das ist alles erst gekommen. Nein, das ist nicht schlimm. Das war ein alter, altes Pferd, aber der hat wirklich mal spitze ausgeschaut. Oder so. Hier ist der Vater von... Von allen, glaube ich. Ja, von allen. Wahrscheinlich dann auch von dem Franzl. Ja, ja, von allen. Weil der Schwarze darf ja nicht. Der ist zu klein. Naja, aber das war der Unfall, der Franzl. Der Franzl ist von ihm? Das war der Unfall. Ja, nein, ist der, ist der... Ja, die haben nicht gewusst, von wem er ist. Ja, und sind Sie da sicher, dass der Fiori das war der? Nein, die wissen es nicht. Da hat anscheinend jemand die Bänder aufgemacht und das ist in der Nacht oder irgendwie passiert. Der war... Oder war er bei den Stufen? Irgendwann war... Na ja, muss man einen Vaterschaftstest machen? Aber ich schaff, dass er war, weil der wird auch hell. Der wird auch hell. Der wird auch hell. Ich hab's auch nicht gesagt, weil seine Mutter ist auch weiß gewesen. Also es muss nicht sein, dass das jetzt auch... Nein, ich glaub der Fiori kam anders raus. Der kam schon schwarz raus. Wenn der Fiori eine Stute deckt, kann's schon sein, dass er schwarz wird. Wahrscheinlich war der... Puschi! Petra hat gesagt, sie weiß nicht, wie die zustande gekommen ist. Dass die Ralu kann man nur holen kriegen. Ja, Mann.